Hallo zusammen, Philipp Schmerholt hier. Ich bin hier im Studio in Nussbach heute Nachmittag gemeinsam mit Sandra und mit Johannes. Wir waren gerade mit einem Team von insgesamt 22 Leuten in Bulgarien vom 2. August bis zum 8. August. Wir haben viele, viele Wunde erlebt dort, wie mindestens 500 Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir haben erlebt, wie Leute geheilt worden sind und das bezeugt haben von Stummheit, von Blindheit, von Taubheit. Knochenbrüche sind geheilt worden, Tumore sind verschwunden. Viele außergewöhnliche Zeichen und Wunder sind passiert. Es war eine ganz spezielle Sache, da einfach als Team dort zu sein. Wir haben wirklich auch das Volk und die Leute so richtig in unser Herz schließen können. Wir haben diese Videoaufzeichnung heute, weil wir ein bisschen darüber reden wollten, was Gott einfach getan hat, einfach um dich zu ermutigen, um dich zu inspirieren. Es war wirklich ein Einsatz, der geprägt war auch von Gottes mächtigen Wirken und seiner übernatürlichen Gunst auch. Wir hatten aber auch einfach eine coole Zeit gemeinsam. Wir haben viele Leute getauft auch. Also es war ganz, ganz stark. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die gebetet haben für diesen Einsatz. Aber in diesem Interview oder in diesem Video wollen wir ein bisschen darüber reden, was Gott spezifisch getan hat. Auch am Ende wollen wir für dich beten und ich glaube einfach, dass Gott dich da auch mehr noch hineinführen möchte in einen übernatürlichen Lebensstil, in dem wir einfach immer mehr wachsen wollen, alle immer so zu werden wie Jesus. Und das beinhaltet natürlich auch seine Kraft zu demonstrieren, seine Wunder zu demonstrieren. Genau. Aber Johannes und Sandra, lasst uns ein bisschen über diesen Einsatz sprechen. Wir hatten eine mega Zeit. Es war ganz stark. Jeder Einzelne von uns hat erlebt, wie Gott durch ihn oder durch sie gewirkt hat. Es ging wirklich nicht so sehr um eine Person oder so, sondern es ging um die eine Person, Jesus und wie er sich manifestiert hat durch uns. Aber Sandra, was waren für dich so ein paar Highlights von diesem Einsatz? Was würdest du sagen? Also eins meiner Highlights war der letzte Abend, weil ich selbst die Liebe Gottes so stark spüren durfte. Und Gott hat mir so ein bisschen sein Herz offenbart und jetzt sehen dürfen, wie sehr er jeden Einzelnen liebt. Und ich musste stark weinen und bin nach hinten gegangen. Und dann merkte ich, wie eine Frau mir immer näher kommt, immer näher und näher. Und dann steht sie so einen Meter neben mir und sie fängt auch zu weinen an. Und ich habe nur ihre Hand ergriffen und ich spürte die Kraft Gottes so stark fließen. Und sie hat geweint und geweint. Und dann ist sie Übersetzerin gekommen. Und sie hat erzählt, dass Jesus ihr begegnet ist. Und dann habe ich nur gefragt, ob wir spezifisch beten dürfen für sie. Und sie hat gesagt, sie sieht so schlecht. Und ich habe nur ein kurzes Gebet gesprochen und die Sicht war einfach komplett wieder hergestellt. Wow, preis den Herrn. Wow. Was hast du da gespürt in dieser Situation, wie du für sie gebetet hast, beziehungsweise war da irgendwie eine spezielle Führung da oder so etwas? Oder hast du einfach im Glauben drauf losgebetet? Wie war das so für dich, als Gott dich da gebraucht hat? Ich habe wirklich in dieser Liebe beten dürfen, in dieser krassen Liebe. Und ich habe gar nicht viel nachgedacht, sondern ich habe mich wirklich einfach führen lassen. Und ich habe nicht viel gesprochen, sondern ich habe ganz viel auch in Sprachen gebetet, leise. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Liebe Gottes einfach fließt. Ja, stark. Auch weil du das sagst von der Liebe Gottes, mir ist gerade so ein Zitat von so einem Erweckungsprediger eingefallen. Der hat mal gesagt, wo große Liebe ist, da sind große Wunder. Und ich glaube, das war auch wirklich bei diesem Einsatz ganz stark da. Auch so die Liebe im Team untereinander, aber auch wirklich die Liebe zum bulgarischen Volk. Und es war einfach die Manifeste Liebe Gottes ganz stark da. Und deshalb waren mitunter, glaube ich, auch große Wunder. Auch Johannes, du hast auch mächtige Dinge erlebt bei diesem Einsatz, viele Wunderzeichen. Was waren für dich ein paar so ausschlaggebende Ereignisse, beziehungsweise wie hast du Gott so wahrgenommen bei diesem Einsatz? Ja, ich würde sagen, wie es für mich einmal gestartet hat, vielleicht erwähne ich das eben vornherein, war, wie wir dort am ersten Abend angekommen sind auf dem Feld in diesem Dorf da und uns bereit gemacht haben, den Leuten zu dienen, habe ich eine Sache nochmal so richtig neu realisiert. Und zwar dieses, hey, ich habe hier eigentlich nichts zu geben und ich habe hier nichts zu tun und es gibt nichts, wie ich diesen Leuten hier helfen kann. Ich spreche nicht einmal ihre Sprache, ich kann ihnen nicht einmal irgendwie gut zureden oder so, wenn eine Sache passiert, nämlich wenn Jesus auftaucht. Und das ist eigentlich dann durchwegs passiert. Jeden Tag aufs Neue, jeden Abend aufs Neue haben wir gesehen, wie Gott am Wirken ist, wie er Menschen heilt, wie er Menschen befreit, wie er Menschen wiederherstellt. Und ja, ich kann beispielsweise eine konkrete Sache herausgreifen. Wir waren an dem einen Abend in einem der größten Ghettos von ganz Bulgarien. Ist sogar eines der größten ganz Europas, soweit ich weiß. Ich habe das noch gegoogelt und so. Und da ist ein Mädchen zu mir gebracht worden, die war blind. Und zwar ein richtig süßes Mädchen und so. Und die war nicht nur so, dass man irgendwie nicht bemerkt hätte, dass die blind ist oder so, dass die normal ausgesehen hätte, sondern über den Augeäpfeln hat sie so weiße Häute drüber gewachsen gehabt. Das heißt, man hat nicht einmal die Iris gescheit durchgesehen. Und es war völlig offensichtlich, dieses Mädel kann nicht sehen. Und man hat auf den ersten Blick gesehen, warum. Dieses Mädchen ist zu mir gebracht worden und ich habe gedacht, okay, was soll ich jetzt machen mit der? Und ich habe dann einfach begonnen zu beten und ja, einfach über den Kurs von ein paar Minuten immer wieder gebetet und via Übersetzung dann gefragt. So, okay, ist da eine Verbesserung eingetreten? Kann man schon was bemerken oder noch nicht? Und so nach und nach hat man dann aber gesehen, über den Kurs von ein paar Minuten, wie diese Häute begonnen haben, durchsichtiger und durchsichtiger zu werden und sich nach und nach aufgelöst haben. Und das war dann echt heftig, weil dann haben wir das ausgetestet, so mit der, mit den Fingern, wie viele Finger kannst du sehen und so. Und sie hat das mehr oder weniger alles dann eigentlich reproduzieren können. Und dann haben wir gesehen, wow, okay, Gott ist da echt gerade dran, um Wunder zu tun. Und in dem Moment ist dann auch der lokale Pastor vorbeigekommen und hat gesagt, hey, geht's vor die Menge und zeigt sie ihnen das wirklich als Ermutigung. Hey, schaut, was Gott gerade nämlich hier und jetzt dran ist zu tun. Und das war echt eine starke Sache. Ja, stark. Es sind, wie gesagt, viele Wunder passiert auch bei diesem Einsatz. Ich glaube, mindestens vier oder fünf Leute insgesamt, die ihre Sehkraft auch wieder zurückbekommen haben, beziehungsweise blind waren. Und es war auch etwas, was du gesagt hast, ganz interessant, dass wir halt wirklich auch so den Eindruck hatten, ganz stark so aus dieser Abhängigkeit zum Heiligen Geist herauszudienen. Ich glaube, das war ganz stark durch den ganzen Einsatz hindurch eigentlich. Auch unsere Erweckungsgebetsmeetings in der Früh waren so kraftvoll jeden einzelnen Morgen, wobei wir eigentlich gar nicht so lange zum Beten gekommen sind, weil wir mindestens eine halbe Stunde Zeugnisse hatten vom Vortag und die restliche halbe Stunde oder so haben wir halt dann gemeinsam gebetet. Aber das ist auch etwas, was ich persönlich sehr stark wahrgenommen habe, dass Gott uns wirklich auch nicht nur jetzt einfach durch irgendwelche Gaben oder so gebraucht hat, sondern es war einfach so, wie wenn Gott die ganze Zeit da gewesen wäre. Wir waren abhängig zu ihm und wir konnten aus dieser Abhängigkeit heraus dienen auch. Und da gibt es so viele individuelle Zeugnisse auch, also diesem Prinzip oder diesem Muster zu folgen von Jesus, wie halt er gelebt hat, nur das zu tun, was er den Vater tun soll, nur das zu sagen, was er den Vater sagen hörte. Und ich glaube, das haben viele vom Team auch ganz stark erlebt, bei diesem Einsatz wirklich persönlich geführt zu werden vom Heiligen Geist, wie man betet. Und da gab es eine ganze Reihe von zum Teil spektakulären Zeugnissen auch. Ich weiß nicht, war das der dritte oder vierte Abend, ist eh egal, aber da war eine Frau da, die hatte so einen richtig aufgeblähten Bauch und ihr Bauch ist zurückgegangen. Die hatte nach dem Gebet einen flachen Bauch und war eigentlich normal. Die hatte so einen richtigen, man weiß nicht genau, was da war, aber die ist irgendwie, sie ist auch nicht einfach nur dünner geworden oder so, sondern Gott hat sie darüber natürlich geheilt. Auch Leute, die ihre Tumore nachher nicht mehr spüren konnten, die so wie so ein Lamm, so ein Tumorfall hatten und konnten es nachher nicht mehr spüren nach Gebet. Also es ist so viel passiert jeden einzelnen Abend. Genau, was mir auch aufgefallen ist, dass schon ein ganz starker Hunger da war, beim bulgarischen Volk. Und auch irgendwie so eine Verzweiflung ein bisschen auch, weil halt doch viel Armut da ist und da Leute oft ein bisschen verzweifelt sind auch für Berührung von Gott. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Den Hunger, den Glauben der Leute, auch so dieses Ruf nach Gott, Gott kennenzulernen, sich ihm mehr hinzugeben. Wie war das für euch so bei diesem Einsatz? Also die Not ist unübersehbar dort. Also die Leute leben wirklich in sehr armen Verhältnissen. Und ich habe so das Ziehen gespürt, so diesen Hoffnungsschimmer, dass sie sich an das klammern können jetzt an Jesus. Manche haben Jesus vielleicht zum ersten Mal kennengelernt oder den Namen gehört und sie haben das angenommen, weil sie das erkannt haben, dass er lebendiger Gott ist, dass er vielleicht der Einzige ist, der sich retten kann. Und an das haben sie sich geklammert. Also es war sicher der Hunger dann auch, der sie haben gezogen. Und der Himmel war offen und ich glaube, es war der Hunger. Ja, würde ich unterschreiben. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen von einzelnen Personen, aber das hat man eh immer, war wirklich starker Hunger da. Und die Leute, man hat echt gemerkt, die Leute sind, auch wenn sie teilweise vorher Jesus vielleicht gar nicht gekannt haben, sind irgendwie mit so einer Erwartungshaltung gekommen immer. Und ich habe das besonders beobachtet dann bei den persönlichen Gebetszeiten am Schluss, da ist schnell einmal passiert, dass jemand an einem gezogen hat oder dass jemand, wenn anderen noch gebracht hat, so, hey, ich habe gerade was empfangen von Gott, mein Kollege hier braucht das auch und so. Und das hat man ganz oft gemerkt, dass die Leute da förmlich eine Person nach der anderen nachgeschoben haben, weil sie alle irgendwie so erwartungsvoll waren, dass sie von Gott berührt werden. Ja, und auch, so wie du das gesagt hast, dass sie teilweise andere Leute gebracht haben, das war ja zum Teil auch auf der Straße sogar so. Also nicht nur in den Veranstaltungen. Wir haben ja auf der Straße auch für Leute gebetet. Vom Tage eins sind Leute geheilt worden auf der Straße. Und die haben dann auch teilweise ihre Freundinnen gebracht und ihre Kollegen gebracht und die wollten alle gebeten haben. Also es war eine sehr große Erwartungshaltung da auch und sehr viel Hunger einfach wirklich Gott zu erleben. Aber man hat auch ganz stark gemerkt, dass das schon sehr vordergründig in unserem Team auch war. Also wir sind natürlich mit so viel Feuer, Flamme, Hunger, Vorfreude, Glaube in diese Situation hineingegangen, haben viel gebetet auch für diesen Einsatz. Und es hat dann wirklich mit der Landung eigentlich begonnen. Also ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen, unmittelbar nach unserer Landung in Sofia von einem unserer Netzwerkpastoren in Südasien, dessen Frau schwanger war und gerade dabei war, das Baby auf die Welt zu bringen. Und sie mussten operieren. Der Baby ist sehr schlecht gegangen. Und ich habe die Nachricht genau gesandt, wie wir gelandet sind. Wir sind irgendwie so im hinteren Abteil des Fliegers gesessen. Also einige von unserem Team haben, ich habe begonnen, diesen Pastor anzurufen, haben begonnen zu proklamieren und zu beten und die Kraft Gottes freizusetzen. Ein paar Stunden später schreibt er eine Nachricht, dass das Baby wohl auf war. Also sie war in einem kritischen Zustand, die Mutter und das Baby. Ein paar Stunden später kriege ich den Bericht, dass das Baby wohl auf ist, dass der Mutter auch gut geht. Also es hat direkt mit der Landung schon begonnen. Und das war eigentlich noch gar nicht jetzt offiziell Dienst in Bulgarien oder irgendetwas. Aber ich glaube auch, wir als Team versuchen, so einen Lebensstil zu leben, wo wir halt immer on sind irgendwo auch. Und alles ist irgendwie Dienst, alles ist zu Ehren des Herrn. Und ich glaube, das hat bei uns selber ganz stark begonnen, auch schon das mit der Erwartungshaltung. Und deshalb war es dann auch so explosiv. Wir haben eine ganze Reihe von Leuten gehabt, die auch zu Hause gebetet haben. Genau was natürlich Gebet für Erweckung und wir haben wirklich Erweckung erlebt bei diesem Einsatz. Gebet ist wirklich so dieser Treibstoff für Erweckung. Wir wissen das aus Erweckungsgeschichte. Genau, aber wie habt ihr Gott persönlich auch wahrgenommen bei diesem Einsatz? Wir haben jetzt ein paar ganz starke, zum Teil spektakuläre Zeugnisse gehört, die Gott auch getan hat bei diesem Einsatz. Und da wird so viel mehr erzählen zu geben. Übrigens am 27. August haben wir in Handenberg im Revival Center so einen speziellen Gottesdienst, wo viele von unserem Team wirklich detailliert nochmal erzählen, was Gott alles getan hat. Und dann gibt es so ein Heilungswunder, Impartations, Impartation-Gottesdienst, wo wir auch beten für Zuteilung und für Heilung beten. Speziell am 27. August wird das sein. Also auch so ein Eindruck, der auch entstanden ist, bei diesem Einsatz das extra zu machen. Also Gott hat sehr, sehr viel getan. Aber man hat schon gemerkt auch, dass wir individuell auch Gott nähergekommen sind und ihn irgendwie erlebt haben. Wie war das für euch so bei diesem Einsatz? Einfach in der Gegenwart Gottes zu sein? Hat er sich vielleicht euch auf eine besondere Art und Weise offenbart? Oder gibt es da ein paar Highlights oder irgendetwas, was ihr da so erlebt habt? Also ich habe die Gegenwart Gottes ganz stark wahrnehmen dürfen. Ich habe auch das spüren dürfen, so diese Heilungssalbung von Gott oder so oder dieses himmlische Kribbeln. Und was mein Highlight selbst war, war einfach, weil Gott mir ganz neu so mein Herz gebrochen hat, so für die Verlorenen. Stark. Wow. Also das mit dem Herz für die Verlorenen kann ich absolut unterschreiben. Ich merke, ich bin hier zurück in Österreich wieder einfach mit so einer neuen Perspektive auch dafür, wieder hier das Evangelium zu predigen und quasi zu sehen, wie quasi die Dinge, die in Bulgarien funktioniert haben, die funktionieren ja genauso in unserem Hinterhof, wie hat gesagt. Und das ist definitiv eine Sache. Und ich glaube, das Zweite, was mir diesbezüglich einfallen würde, ist mein Gebet durchwegs eigentlich während diesem Einsatz, jeden Tag aufs Neue, egal wo ich gerade war, egal ob ich im Hotel gerade mich angezogen habe, mich fertig gemacht habe, um rauszugehen oder ob wir da beim Frühstück gehockt sind oder was auch immer. Mein Gebet durchgehend war eigentlich die ganze Zeit so, Herr, ich möchte wirklich ein Liebhaber deiner Gegenwart sein. Ich möchte ein Liebhaber deiner Gegenwart sein. Wieder und wieder und wieder. Und ich glaube, das war auch ganz stark, einfach dieses konstante Persönliche verbunden zu sein, zu erleben. Und ich glaube, dass aus dem heraus dann auch ganz viel fließt, was zu tun hat auch mit dem Herz vielen Leuten und dann auch tatsächlich mit dem übernatürlichen Wirkung Gottes. Also das war so meine Erfahrung. Ja. Und auch ganz stark untereinander auch, dass Gott wirklich in dieser Community, in der Gemeinschaft ganz stark wahrnehmbar ist, wo einfach so viel Liebe, so viel Glaube da ist, so eine hohe Erwartungshaltung, auch so eine besondere Hingabe. Und ich glaube einfach dieses Bewusstsein dann auch, dass Gott in uns ist, in jedem Einzelnen wohnt, aber auch in einer Gemeinschaft, die halt ausgerichtet ist und das einfach Vollgas lebt. Ich glaube, da kann man gar nicht daraus eigentlich. Da ist man automatisch ja weg dann irgendwo auch, weil man halt irgendwie mitgerissen wird auch. Und das ist etwas, was ich ganz stark gefunden habe auch, dass wir wirklich so als größeres Team das so gemeinsam erlebt haben. Und das war voll schön zu sehen. Dieser Einsatz, beziehungsweise auch dieses neue Werk, Revival Center Bulgarien, das ja entstanden ist, auch eigentlich im letzten Jahr. Wir waren ja letztes Jahr schon in Bulgarien, haben dort Erweckung erlebt. Erweckung ist ausgebrochen. Eine ganze Reihe von starken Connections sind entstanden. Ich hatte dann das Vorrecht, mit verschiedenen Leitern einfach so über den Prozess von einem Jahr oder so Beziehung zu bauen. Und es war sehr klar, so ein neues apostolisches Zentrum zu etablieren, was dann auch am Sonntag, also so genau genommen beim letzten Einsatz vom letzten Gottesdienst, vom Einsatz auch passiert ist. Und ich glaube auch, dass das eine ganz starke Sache für die nächsten Jahre wird, wo viel noch nachkommt. Also man merkt wirklich, dass dieser Einsatz nicht nur für den Einsatz selber war, sondern auch das, was später noch kommen wird. Wir sind noch nicht einmal eine Woche zurück und haben jetzt schon Zeugnisse bekommen, auch wo Leute immer noch daherkommen und geheilt worden sind, die das einfach später dann bezeugt haben. Und so ist das ganz stark mit Gottes Wirken einfach da unterwegs zu sein. Genau. Was glaubt ihr, sind für euch oder für uns als Team auch ein paar so Schlüssel, dass wir auch nach so einem Einsatz nicht irgendwie Gefahr laufen, zu meinen, okay, das war ein Einsatz im Ausland und im Ausland ist irgendwie was anderes und jetzt sind wir wieder zu Hause, jetzt gehen wir wieder zum Alltag zurück. Beziehungsweise, wie glaubt ihr, können wir Erweckung ein bisschen kultivieren als Lebensstil? Was sind da zwei, drei Sachen, Sandra, vielleicht fängst du da an, was sind zwei, drei Schlüssel für dich da? Also wirklich das Bewusstsein, dass wir uns des Evangeliums willen nicht schämen, dass wir uns nicht schämen, es zu verkünden und Schritt für Schritt mit Jesus zu gehen, wirklich immer ein offenes Ohr haben, also auch für den Heiligen Geist, für seine leise Stimme, dass wir wirklich auch schauen, wenn er uns jemanden heiligt, dass wir hingehen und wir haben halt das Privileg, dass wir erleben dürfen haben, was Gott alles machen kann. Das stärkt halt schon auch unseren Glauben, also und ich hoffe einfach, dass das jeder mittragen kann zu Hause, dass Gott derselbe ist, nicht nur gestern, heute und alle Zeit, sondern auch hier, wo wir jetzt sind. Amen. Stark. Stark. Und man muss das einfach tun. Ja, gehorsam auch, was ich da so raushöre, ist gehorsam. Ich glaube, gehorsam, so radikaler Gehorsam ist so ein Riesenschlüssel für Erweckung, erweckten Lebensstil. Und es ist ja wirklich bei uns eigentlich so, wir haben ja das Vorrecht. Ich meine, wir erleben in Österreich und Deutschland auch pausenlos Wunder. Es ist irgendwie schon so, wie wenn sich das gegenseitig befähigen würde auch. Jetzt haben wir diesen explosiven Einsatz gehabt und jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich meine, wir erleben in der Revival Church auch die ganze Zeit Wunder und dann trägt man das, was wir gemeinsam kultivieren, auch in der Gegenwart Gottes wieder in die Nationen, dann bringt man das von den Nationen wieder zurück. Es passiert irgendwie so viel auf so vielen Ebenen, dass man wirklich, auch so wie du gesagt hast, in all dem wirklich, glaube ich, auch fokussiert bleiben soll, auf seine Gegenwart, auf seine Stimme fokussiert bleiben muss, dass einem einfach auch nicht auf einmal das Geschehene irgendwie zu sehr aufgebaut. Natürlich, da freuen wir uns völlig klar, aber so wie du gesagt hast, die Gegenwart Gottes ist halt unser größter Schatz, ihm zu gehorchen. Und das ist das, was uns am meisten irgendwie Energie geben soll und aufbauen soll. Nicht nur das, was er durch uns getan hat in erster Linie. Aber so zu einem erweckten Lebensstil, was hilft dir da so, Johannes, oder was glaubst du, sind da so Keys, so Schlüssel, ein bisschen, um wirklich auch so Beständigkeit zu haben, übernatürlich zu leben, im Gehorsam zu leben und einfach wirklich ein Erweckungsträger zu sein? Ja, also ich glaube, es hat eben sehr viel damit zu tun, wirklich seine Gegenwart zu genießen und Gott zu lieben, nicht nur eben für das, was er tut, sondern einfach für das, wer er ist. Und das wiederum hat wieder sehr viel damit zu tun, auch Raum zu machen für ihn, habe ich die Erfahrung gemacht. Also ich glaube, jeder von uns hat da gewissermaßen auch eine Entscheidung zu treffen. Das ist kein ermahnendes Wort, sondern ein ermutigendes Wort. Wir haben das Privileg, wir haben die Chance, wir haben das Recht, jeden Tag vor seinen Thron zu kommen und jeden Tag seine Liebe zu empfangen, jeden Tag seine Gnade zu empfangen, jeden Tag seine Kraft zu empfangen. Und das ist eine Sache, die ja für mich komplett lebensverändernd war, wirklich diese Beziehung mit Gott auf täglicher Basis. Und das wiederum läuft dann zusammen eben mit diesem Gehorsam. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Ich war gestern zum Beispiel mit einem Freund auf einem Café und ich habe dann gemerkt, wie wir gezahlt haben. Ich habe einfach nur so diese kleine Regung in meinem Herzen gespürt, dass ich den Kellner ansprechen soll und ihm einfach nur sagen soll, dass Jesus ihn liebt. Ganz kleine, unspektakuläre Sache. Es ist eine Konversation von drei, vier Sätzen daraus entstanden, mehr war es gar nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich diesen Schritt gemacht habe und diesem Impuls danach gegangen bin. Solche Sachen halten das herzweich. Und das heißt, wir haben einerseits die Beziehung mit Gott hinter verschlossenen Türen nur er und ich. Und andererseits haben wir dann aber auch in der Öffentlichkeit einfach diesen Gehorsam, der unser Herz weichhaltet. Und dass wir da einfach nie rauskommen, aus diesem Lebensstil von Führungen vom Heiligen Geist nachzugehen. Stark, stark. Ja, und mit diesem Lebensstil ist dann wirklich so, dass man eigentlich das übernatürliche Pausenlos nahezu erlebt und jede Woche. Ich liebe das immer so, wenn wir unsere Team-Meetings haben und einfach Zeugnisse teilen. Da geht es nie darum, nicht einmal darum, was Gott vor zwei, drei Wochen getan hat, sondern immer darum, was Gott in der letzten Woche getan hat. Es ist so cool, mit dem Herrn so unterwegs zu sein. Genau, das war so ein kurzer Bericht von diesem Einsatz. Auch danke auch nochmal für alle, die dafür gebetet haben. Wie gesagt, am 27.8. ist dieser besondere Gottesdienst auch, wo du dich wirklich auch bewusst verbinden kannst, auch mit dem Wirken Gottes, mit dem, was Gott bei diesem Einsatz getan hat. Aber manche von uns, wir sind wirklich so geführt worden, dass da auch ein spezieller Gottesdienst stattfinden wird. Wie gesagt, am 27.8. um 18 Uhr in der Revival Church in Handenberg. Details wirst du auf Revivalcenter.at sehen, auch alle kommenden Veranstaltungen. Aber Sandra und Johannes, lass uns vielleicht noch für Zuseher beten, auch für diejenigen, die das später anschauen, dass wirklich Erweckungsfeuer auf jedem einzelnen Feld und innen aktiviert wird. Was auch so stark war bei diesem Einsatz, das möchte ich ganz kurz teilen noch. Das ist auch zwei, dreimal hintereinander dann sehr übernatürlich bestätigt worden. So diese ganze Idee, wie so eine Grundidee, dass es nicht um uns geht, sondern dass es einfach um Jesus geht, was er tun möchte. Und das ist eher alles, was hoffentlich die meisten von uns halbwegs verstanden haben und versuchen zu verstehen. Aber da war wirklich etwas Übernatürliches drauf, wo dann auch teilweise Manifestationen von seiner Gegenwart ganz stark waren, auch direkt nachdem ich diese Aussagen gemacht habe, dass es nicht um uns geht, wo Gott das immer wieder übernatürlich bestätigt hat, auch dann. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel, einfach sich in ihm zu verlieren, zu verstehen, dass es nicht um uns geht. Und interessanterweise, wenn man sich in ihm verliert und versteht, dass es nicht um uns geht, dann erkennt man aber, wer man wirklich ist und dass Gott uns schon so wunderbar gemacht hat. Und dann beginnt man, in dem zu laufen, wie er uns gemacht hat und mit dem, was er in uns hineingelegt hat. Und lass uns dafür einfach für die Zuschauer beten, vielleicht auch für diejenigen, die das später noch anschauen, die einfach auch durch diese Berichte und durch dieses Gespräch auch inspiriert worden sind. Wenn du zuschaust, wenn du magst, kannst du einfach deine Hand ausstrecken. Wir werden jetzt einfach beten und verschiedene Deklarationen machen auch. Und ich danke dir einfach so sehr für jeden Einzelnen, der jetzt zusieht, himmlischer Vater. Wir danken dir, Herr, dass du gut bist, dass dein Arm nicht kurz ist, dass du Geist bist, Herr. Und ich bete jetzt, dass du Leute, die zusehen, bei diesem Video jetzt, dass du sie berührst, dass du kommst mit deiner Kraft, Herr. Halleluja. Ich bete für eine übernatürliche Aktivierung, mehr auch in diesen übernatürlichen Lebensstil hinein, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich spüre gerade die Salbung ganz stark auf meiner linken Hand. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, Gott kann jetzt auch Leute heilen, die zuschauen. Wenn du Schmerzen hast in deinem Körper, dann empfang einfach deine Heilung heute Nachmittag oder wann immer du das später anschaust. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Gnade, Herr. Ich bete auch, dass du all das, was wir jetzt geteilt haben, dass das nicht nur normal für uns sein soll oder sein wird, sondern dass es auch für jeden, der zusieht, nicht normal sein wird. Wir danken, Jesus, dass Wunder normal sind in Bulgarien, dass Wunder normal sind in Österreich auch, dass Wunder normal sein können in unserem persönlichen Leben. Und ich spreche jetzt einfach Gottes Gunst aus, über jeden Einzelnen, der zusieht, Gottes mächtigen Segen, auch Schutz und Bewahrung, Aktivierung von verschiedenen Gaben auch, von Kraftgaben, Offenbarungsgaben, Sprachgaben. Wir geben dir alle Ehre für das, was du tust in der heutigen Zeit, für das, was du noch tun wirst. Aber wir danken dir zuallererst einfach, dass wir nach deiner Gegenwart trachten können, dass du dieses Werk vollbracht hast, sodass wir zu dir kommen können, in jeder Situation, einfach vor deinem Thron der Gnade, weil du so gut bist. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du dich ihnen offenbarst. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Hunger, den du jetzt freisetzt. Halleluja. Danke, Jesus, dass du den Menschen wirklich auch zeigst, wie du sie siehst und dass sie aber dann einfach weitergehen und dass sie nach deinem Reich trachten, dass sie alles andere einfach, dass sie wegschauen können von sich hin zu dir. Danke, Jesus, dass du dich durch jeden Einzelnen wirklich verherrlichst, dass jeder Einzelne beginnt, immer mehr Täter des Wortes zu werden, dass sie die Werke des Teufels zerstören in deinem mächtigen Namen, Jesus. Ich setze auch Berufungen frei. Danke, Jesus. Danke, dass sie dich so sehen können, wie du sie siehst, Herr Jesus. Danke, dass du große Pläne für jeden Einzelnen hast. Ich setze das Freie in Jesu mächtigen Namen. Danke, dass jetzt auch Schmerzen weichen. Danke, dass chronische Krankheiten geheilt werden jetzt. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen berührst. Danke, dass du vor jedem Einzelnen stehst und dass dieses Wunder einfach jetzt bereit ist. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist diese Zeit. Ich setze das Freie in Jesu mächtigen Namen. Jesus. Halleluja. Ja, danke, Jesus, aber für jede einzelne Person, die jetzt zuschaut. Danke, Herr, dass du wirklich Herzen erwächst jetzt, Herr Jesus. Halleluja. Jesus, ich danke dir echt für frisches Feuer, was jetzt fällt. Ich danke dir echt für Personen. Ich habe den Eindruck, es sind Personen hier, die jetzt zuschauen, die das später auch noch sehen werden. Du bist ein bisschen entmutigt in letzter Zeit. Was wir jetzt auch erzählt haben, du kennst das alles irgendwie von früher, aber du merkst, es ist so ein bisschen verloren gegangen entlang des Weges. Und ich bete einfach in Jesu Namen für völlige Wiederherstellung und davon, dass du noch mehr sehen wirst. Wenn du jetzt zuschaust, du wirst noch mehr sehen als zuvor. In Jesu Namen. Du wirst noch mehr sehen als je zuvor. Halleluja. Das spreche ich aus in Jesu Namen. Und ich danke dir einfach, Jesus, für dieses Privileg, dass wir freien Zugang zu dir haben. Freien Zugang zu deiner Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus. Freien Zugang echt zu dieser Liebe des Vaters. Wir essen zu segnen euch einfach jeder Person, die jetzt zuschaut. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir für einfach diesen heutigen Tag. Für all die Möglichkeiten, die du vorbereitet hast, auch an diesem Tag. Wir geben dir alle Ehre für das, was du tust, Herr. In unserem Leben. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Hey, danke fürs Zusehen. Gottes Segen euch allen. Updates für Events auch im Revival Center. Siehst du immer zeitnah auf RevivalCenter.at. Austria for Jesus kommt auch daher. Bitte betet auch für manche unserer Einsätze. Ein Team von uns fliegt nach Mexiko Ende August, erste Septemberwoche. Dann haben wir Einsätze in Burundi. Besuchen manche unserer Gemeinden, die wir gegründet haben über die letzten Jahre auch in Burundi, aber auch in Tansania, auch in Kongo. Am Einsätze höchstwahrscheinlich auch noch in Pakistan. Es ist viel, das sich tut. Danke auch, dass ihr uns da wirklich im Gebet haltet. Hey, Gottes Segen euch und bis demnächst.